Wer die Brüderinnen und Schwestern vom NDRK kennt meine Eigenschaft als ehemalige Arbeiter und Bauernverführer, der sich nicht Einheitsbreich Deutschlands, bin ich vom Pilotbüro, vom Pilotbüro, abgestimmt worden als zuverlässigter Auslandskader vom socialistischen Himmel, hier hinunter ins real existierende kappelische Ausland zu reisen, um hier zu laudieren. Ich habe Genossen Petrus meinem Pionierehr an Wort geben müssen, dass ich wieder zurückkomme.